so meine lieben freunde morgen ist es ja nicht soweit wir werden mein geburtstag mehr oder weniger ich sag mal nachfeiern wir hatten oder ich hatte ja am 12.07. sozusagen den 30. geburtstag und wir werden morgen diesen sozusagen zelebrieren indem wir in zwölf stunden sellout stream machen was ein sellout stream das heißt falls eine spende reinkommen sollte die natürlich komplett auf freiwilliger basis passiert werden wir dadurch diese spenden sozusagen immer umrechnen in minuten die wir dann natürlich länger streamen angesetzt ist jetzt von zwölf uhr morgen mittag also mittwoch bis 0 uhr wird gestreamt momentan sind wir schon bei acht minuten plus ja weil schon ein bisschen feuer ein paar bits gespendet worden sind und das werden wir natürlich immer aufschreiben euch dann natürlich noch sagen wie viele bits sind reingekommen etc etc und wenn dann für euch definitiv länger stream also falls ihr bock habt wir spielen auf der playstation 5 ja mit meinem neuen schön schwarzen controller den geschenk gekriegt habe von meinem bruder liebe geht raus und werden dann definitiv zwölf stunden einfach wank gezocken vielleicht mal eine unranked runde oder mal eine runde casual so mal ganz ganz kurz zwischendurch vielleicht um nicht so ein bisschen einzuspielen aber das ist auf jeden fall der plan also seid mit dabei freue mich auf jeden fall natürlich exklusiv wieder auf twitch dann bis dann bis er auch am langer und alle gutelagen